Du bist wach. Er hat dich gerettet. Er sagt, er bringt uns zur Insel. Er weiß, wo sie ist und sie heißt Lacuna. Warte. Er besorgt uns ein Boot. Nein. Amicia. Zu Hause hatten wir einen Hund, aber ich habe ihn nicht oft gesehen. Weil du nicht raus konntest? Ja. Ich stellte mir vor, wie wir spielen. Verstehe. Wir sind da. Wo ist das Boot? Wo ist es? Ich hoffe, es ist groß. Es ist nicht weit. Ich lasse die Pferde frei. Den Rest des Weges gehen wir zu Fuß. Möben. Darf ich das ansehen? Bitte. Habt noch etwas Geduld. Gut. Das wird schon. Hoffentlich. Lass Luft ran. Das wird noch eine Weile wehtun. Atme und bleib ruhig. Lass mich doch bloß in Ruhe. Hör doch auf, so tapfer zu tun. Du könntest noch was lernen. Gut. Wieso bist du zurückgekommen? Und hast mich nicht sterben lassen? Sag mir, wieso sollte ich dir trauen? Ich könnte dich doch den Ratten einfach zum Fraß vorwerfen. Der Graf führt Krieg gegen uns. Den Abschaum der Provence. Die meisten meiner Männer, meiner Freunde, wurden getötet oder sie flohen. Irgendwann werden sie auch mich erwischen. Du bist also auf der Flucht? Ja. Sieht schlecht aus, aber du hast was Besonderes. Ratten. Für einen gesuchten Mann der sicherste Weg aus der Misere. Ich weiß, wo eure Insel liegt. Ihr müsst mich nur am Leben halten, bis wir sie erreichen. Amicia, schnell. Das musst du sehen. Ich komme. Spiel bloß keine Spielchen. Das hier erinnert mich daran, dass ich dich töten sollte. So, da sind wir. Was hast du gefunden? Riechst du das nicht? Herzlich willkommen zurück. Stink ich so? Nein. Es riecht nach Seetank. Das Problem ist, dass ich das alles schon mal gespielt habe. Aber OBS den Sound nicht aufgenommen hat. Deswegen habe ich zwei schöne Folgen aufgenommen. Und nichts. Ugo. Und kein Sound war dabei. Aber jetzt so. Ugo, komm zurück. Ich will nicht spielen. Und ich rede nicht mit Angsthasen. Ist es so schwer, mal nett zu sein, du kleines... Oh, oh. Immerhin siehst du besser aus. Amicia, wir sind da. Alter. Sieht schon geil aus. Ugo, du sagst gar nichts. Los jetzt. Wir sind nicht wegen der Aussicht hier. Sag mir zuerst, wohin wir gehen. Zu einem Boot. Ich kenne da jemanden. Wen? Eine Schmugglerin. Sie hat ein schnelles, leises Boot. Wie schön. Mehrverbrecher. Ja, so sieht's aus. Und du solltest dich schnell daran gewöhnen. Du wirst nach Lacuna, nach all dem Scheiß, den du gemacht hast, dann auf dem Boot oder du schwimmst. Ich will unbedingt auf das Boot. Ah, hörst du das? Das ist die richtige Einstellung. Die richtige Einstellung. Okay, dann wollen wir folgen. Spring, ich fang dich. Hey, pass auf. Danke. Na gut. Wartet mal auf mich. Du bist schwer. Deine Schwester füttert dich gut. Ich liebe Essen. Hey, schau mal, da unten. Mach doch mal langsamer. Der hier rennt zu. Hey, kurzer, langsam. Wir haben Verletzte. Wie rücksichtsvoll. Sieht schon geil aus. So viele. Ist das eine Vogelarmee? Sieht so aus. Ich finde, du solltest zum Angriff blasen. Darf ich, Amicia? Wenn du willst. Aber bleib in der Nähe. Na los, Soldat. Angriff. 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 Aha. Wenn wir mehr Leute wie ihn hätten, hätten wir die Engländer schon längst vertrieben. Was weißt du schon vom Krieg? Ich war damals ein Ritter in Guyenne. Oh. Wir sind aus Guyenne. Schade drum. Ja, war es. Hey, hast du meinen Angriff gesehen? Ja. Die kommen nicht so schnell zurück. Ich könnte Soldat werden. Ohne Zweifel. Oh, auf gar keinen Fall. Irgendwann ist es eine eigene Entscheidung. Das werden wir sehen. Okay, das heißt, es kommen bald Ratten. Wir gehen erst mal hier hoch. Sieht ruhig aus. Wohnt hier jemand? Glaube ich nicht. Ich würde hier gern wohnen. Gleich am Meer. Oh. Sicher von einem Seevogel? Einer Möwe? Bestimmt. Jetzt gehört sie dir. Hier. Ich liebe Möwen. Wir nennen sie Lachmöwen hier. Was? Siehst du, du wirst selbst zu einer. Los, gehen wir zurück. Guck mal hier. Äh, zack. Okay, let's go. Dann nochmal raus. Okay, let's go. Die mögen dich anscheinend. Die hat mich fast gewischt. Ihr seid so krank. Ach, komm. Na gut. Wir barmen dir einen Weg. Soll ich sie kontrollieren? Äh, das ging letztes Mal schief. Aber jetzt, jetzt schaffe ich das. Ja, versuchen wir's. Okay, let's go. Sei vorsichtig, ja? Ja. Ähm, die, die gehorchen dir wirklich. Wie, äh, wie macht... Fertig. Dann gehen wir. Nice. Sie folgen uns doch nicht, oder? Keine Ahnung. Wie appetitlich fühlst du dich? Verfressende Biester. Ähm, nichts für ungut, Kurs. So. Hier geht's zu deinen Schmugglern. Ja, ist eine Abkürzung. Weißt du, dass Ratten in deiner Abkürzung sind? Ähm, ja. Also auch weniger Soldaten. Und wir haben doch den Jungen. Gott. Das gefällt mir nicht. Okay, dann lass uns mal schauen. Was? Das sind Millionen? Tja, Pech. Wir gehen trotzdem rüber. Klasse. Hab keine Angst. Wirklich? Hey, Kurs, die gehorchen dir. Schick sie alle ins Meer. Ich kann immer nur ein paar kontrollieren. Na toll. Okay, 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 okay. Das hast du gegen meine Männer eingesetzt. Alchemie. Geheimrezept. Das Rezept ist mir egal. Aufsache es leuchtet. Wart's ab. Äh, komm her. Komm her. So. Und schnell durch. Sehr schön. Nice, nice, nice. Ah, guck mal. Das hab ich letztes Mal noch gar nicht gesehen hier. Ah. Cool. Sehr geil. Einmal Aluhol. Oh, besser als nix. Okay. Schnell. Hoch. Sicher. Also, die Höhlen ziehen sich bis nach da drüben. Das ist unser Weg. Das nennst du eine Abkürzung? Naja, wegen der Ratten sollten wir lieber wieder raus. Nein, ich gehe vor. Du kommst mit und gehäust. So lange wir hier leben, draus kommen. Oh. Schön, schön. Okay. Den brauch ich. Diese Stöckchen. Komm, einfach mit. Bleib nah bei mir. Wir gehen. Ich, äh, wird hau dir mal. Hey, nicht so fest. Damit laufe ich auch nicht schneller. Alter. Wir machen das ganz offen. Also, mein Mitleid habt ihr. Geschafft. Kinderleicht. Genau das Wort habe ich gesucht. Du meinst Ratten wirklich nicht. Niemand mag sie kurzer. Okay. Oh nein. Was? Was ist das? Das ist ein Nest. Bitte sagt nicht, dass wir da reingehen. Oh doch. Sollten wir nicht. Willst du hierbleiben? Ein Karne. Den haben wohl deine Schmuggler zurückgelassen. Bist du wirklich nicht verhoben? Nice. So, let's go. Einmal durchatmen und los. Das wird schrecklich, Amicia. Sogar der Junge hat Angst. Bist du dir wirklich sicher? Ziemlich sicher. Und das Licht auf dem Wagen gibt uns Deckung. Nicht, dass ich bereit wäre. Ihr stinkt's. Was ist das? Das wird mir ganz anders. Die machen das... ...aus ihrer Beute. Aus Menschen. Verdammt noch mal. Ihr seid also aus Kuiab. Da hat alles angefangen. Ihr... Es war keine Absicht. Du warst das? Er kann nichts dafür. Wir müssen uns genau wie alle anderen mit den Dingern rumschlagen. Ach, die Hölle, die wir alle verlieren. Ich will, dass es aufhört. Wir schaffen es nach Lacuna. Wir heilen dich. Das ist Ilse. Himmel. Dieses Ding ist riesig. Könnte riesig sein. So. Hier dann, glaube ich. Vorsicht. Dann einmal rüber. Sehr schön. Nice. Alles klar? Noch heil? Alles gut. Außer, dass ich hier festsitze. Und die mich hier angreifen. Wie ein Sonntagsbran. Ugo, wir sollten jetzt gehen. Was? Okay. Warum? Er ist gefährlich. Du auch. Und ich bin noch gefährlicher. Aber wir brauchen ihn. Hey, ich brauche hier Hilfe. Ich... Na gut. Amicia, sieh mal. Die gelben Kristalle. Das ist Epi Sun Grace. Du hast recht. Da ist es wieder. Ah no! Ach, endlich. Siehst du die gelben Kristalle? Brich einen ab und wirf ihn mir zu. Gut. Ich bin bereit. Okay, let's go. Auf dein Zeichen. Ah, danke schön. Danke schön. Aber so hilft es uns nicht. Ich brauche noch was, damit es brennen kann. Vielleicht seit Peter? Hier, Odoris, versuchen wir es mal. Ah no! Siehst du die Kurbel da oben? Ich mache dir den Weg frei und dann rennst du da hin, klar? Ja, von mir aus. Let's go. Jetzt! Es klappt! Ja, weiß nicht was das war, aber haben wir die Haut geändert? Wir sind noch nicht draußen. Wofür ist die Kurbel? Keine Ahnung. Ausprobieren. Mach mal. Was ist dir, Anno? Los. Sieht aus, als könntest du das benutzen, oder? Mit deiner Armbrust-Magie. Amesia, du könntest mit der Armbrust auf die Planke schießen. Vielleicht mit dem Odoris. Mal sehen! Okay, los, 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 los. Du kannst aufhören. Los geht's. Geil. Oh, Herr Meister. Was zur Hölle ist das? Der Boden ist ganz klebrig. Ist nur Blut von ihrer Beute. Und irgendein Sekret, das sie absondern, glaube ich. Keine Angst, ist nicht gefährlich. Macht ihr Witze? Die Stiefel verbrenn ich. Ach komm, du bist fast da. Widerliche Drecksscheiße. Ich bin da. Ja. Genug Nerven, Kitzel? Ich war in 100 Schlachten. habe dem Tod ebenso oft in die Augen geblickt. Aber diese kleinen Scheißer lassen mich wie einen grünen Schnabel aussehen. Jetzt bist du gewappnet. Du bist der Schutzheilige der Optimisten. Also, hast du vielleicht noch weitere Tricks im Ärmel? Nein, ich sehe nichts, worauf ich schießen kann. Und ich habe nichts, was lange genug hält. Nein, nein, wir kommen hier raus. Wartet, ich weiß was. Schieß ein Feuerbolzen auf meinen Schild. Aber dann brennt er. Das ist im Fall, Jäger. Na gut. Von mir aus. Okay, let's go. Das habe ich gespürt. Gut. Sobald du bereit bist, bitte schnell. Los geht's. Oh, das ist voll cool gemacht, ey. Habt ihr gehört? Aus dem Weg? Ja. Kusch. Ah, da kriechen die Feiglinge zurück in ihre Löcher. Das war's. Weicht zurück vor der Macht des Falls. Siehst du, man gewöhnt sich dran. Ja, jetzt haben sie Angst vor dir. Hölle noch mal. Ja, aber mein Arm ist jetzt gut durchgebraten. Aber du bist der Wall. Und der Wall hat genug eingesteckt, Kleiner. Mein Körper ist so zerbeult wie mein Schild. Eeeer. So ist es im Krieg. Okay, ein kleines Stück noch. Sie sind fast da. Halt noch ein bisschen durch. Ich halte durch. Das kann ich. Ah, sehr geil. Yeah. Oh. So, Schluss jetzt. Hast du dich verbrannt? Geht schon. Habt nur ein bisschen geschwitzt. Gehen wir weiter. Okay, let's go. Geht klar. So, meine Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.